Hallo und willkommen zu einem weiteren Mana Talk. In dieser Reihe spreche ich mit Schniesen, dem Raidleiter der Gilde Anbu, über den kommenden Raid Uldur. Hierbei erscheint das Gespräch in drei Teilen. In Teil 1 geht es um die Bosse im normalen Modus. Wir schauen uns hier vor allem Tipps und Tricks sowie die Schwierigkeiten an und ordnen diese ein. Im zweiten Teil gehen wir alle Hardmodes durch. Auch hier sprechen wir vor allem über Tipps und Tricks und wichtige Dinge, die man beachten sollte, man vielleicht nicht direkt auf den Schirm hat. Im dritten Teil geht es dann um die Einordnung der Hardmodes. Welche sollte man zuerst angehen und welche erstmal hinten anstellen, da sie für durchschnittliche Gilden anfänglich eher zu Frustration führen können. Ich gliedere das Video ein, sodass ihr ganz einfach von Boss zu Boss springen könnt. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne direkt einen Daumen nach oben da und schaut vor allem bei Schließen vorbei. Die Links zu seinem YouTube-Kanal bzw. seinem Twitch-Stream findet ihr in der Beschreibung. Vielen Dank und vor allem viel Spaß beim Mana Talk. Servus Schniesen. Ich weiß, du warst vor einigen Wochen bei unserem Mana Talk. Dort haben wir uns vor allem über das Thema Speedruns unterhalten. Stell dich aber gerne nochmal kurz vor. Ja, hi. Also, ich heiße Schniesen. Vielleicht haben mich schon ein paar von euch damals in dem Video mit Mana im Rucksack gesehen. Ich spiele in der Gilde Anbu auf Venoxis, ein Podpaladin. Ich bin der Raidleiter dort. Ich streame unsere Raids und packe auch ein paar von unseren Raids auf YouTube hoch. Dann hast du jetzt vermutlich die letzten Wochen, oder zumindest da, wo er live war, einige Stunden auf dem PTR verbracht. Oder besser gesagt, ihr. Habt ihr euch da wirklich so vorbereitet, wie es eine Speedrun-Gilde macht? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ähm, also wir haben uns so gut vorbereitet, wie es für uns ging. Und man muss auch nochmal immer unterscheiden, dass nicht jede Speedrun-Gilde gleich viel Effort reinlegt. Also, wir können uns nicht vergleichen mit den Top-Gilden dieser Welt. Ähm, das, was die an Arbeit reinschmeißen, ist einfach noch viel höher. Die, wenn die hören, der PTR ist ab, dann heißt's so schnell drauf, wie es geht, so lange drauf, wie es geht. Und viele der Gilden sind dann 10 bis 16 Stunden am Tag auf dem PTR. Das ist bei uns leider nicht möglich. Also haben wir geguckt, dass wir die Raid-Tage, die wir haben, die auf dem PTR waren, auch auf dem PTR ausgenutzt haben. Da haben wir dann nicht auf dem Live-Server geradet. Und dann haben wir es geschafft, noch einen zusätzlichen Raid-Tag, wo wir normalerweise nicht raiden würden, auf dem PTR mit anzubringen. Also, summa summarum haben wir über die zwei PTR-Tage oder die zwei PTR-Öffnungen so 12, 13 Stunden auf dem PTR verbracht. Okay. Klingt ja aber auch schon mal auf jeden Fall nach mehr Erfahrung, wie vielleicht manch andere haben. Ich kenn, oder hab mir auch so ein paar Streams angeguckt, ähm, irgendwie die Gilde Fusion mit 14 Stunden allein an, ähm, diversen Hardnodes gehangen und sich da totgetriet. Und Algalon dann ja auch noch auf dem zweiten PTR dann gekillt, kommen wir dann auch noch dazu. Aber ich will nur unterstreichen, da gibt's dann schon einfach Leute oder andere Gilden, die wo, wenn der ab ist, die leben dort. Die schlafen und die essen und dann sind die auf dem PTR, also das ist schon wild. Aber ich glaub trotzdem, dass du definitiv einiges an Erfahrung mitgebracht hast, wo ich auch direkt zu meiner ersten Frage kommen würde. Ähm, wie würdest denn du jetzt, wir sind, sagen wir mal, eine Casual-Blues-Gilde, die wo zwar schon ambitioniert Raid, aber bei uns geht Familie natürlich vor. Und wir versuchen entspannt, aber doch, ja, ähm, ambitioniert, wie erwähnt, durch die Raids zu kommen. Wenn wir jetzt anfangen würden, 25er, normale Bosse, ähm, wir sind vorbereitet, wir haben uns Guides angeschaut, wo, wie würdest du sagen, ist der Schwierigkeitsgrad? Wir können gern auch mal grad die Bosse einfach von Anfang an durchgehen und wir sagen einfach mal ein paar Worte dazu. Aber wirklich nur der Normal-Mode. Und dann starten wir so gesehen mit dem Flammen-Lewiathan. Ähm, meiner Meinung nach fast nur, wenn man ein paar Knöpfe drücken kann, kommt man auf normalen Modus durch, oder? Ja, also wir reden ja jetzt erstmal, denk ich mal, nur um den 25er-Mode, weil der verändert sich auch nochmal von der Schwierigkeit her ein bisschen zum 10er. Aber der Flammen-Lewiathan ist ein Boss, wenn man ihm im Normal-Mode spielt, wo man nicht scheitern kann. Ähm, man hat da ja verschiedenste Fahrzeuge und solange die Hälfte des Raids irgendwie auf den Boss draufschießt, legt man ihn auch im Normal-Mode. Also da kann wirklich nichts schiefgehen, ist ein perfekter Boss für den Einstieg. Man benötigt ja auch nicht, also im Hard-Mode muss man ja dann mit seinem Verwüster seinen Beifahrer auf den Boss schießen, dass der die Türme zerstört, ähm, sodass er in diese Überladung kommt und 50% mehr Schaden bekommt, braucht man im normalen Modus nicht. Meiner Meinung nach, oder? Nein. Wie ist eure Erfahrung? Man kann einfach draufholzen und drei, vier Minuten später liegt er. Genau, aber ich würde da trotzdem jeder Gilde, also gerade so einer Casual-Plus-Gilde, wie du meintest, würde ich trotzdem empfehlen, schon mal ein, zwei Türme des Hard-Modes am Leben zu lassen. Ja. Ähm, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Du kannst am Anfang mit Brand sprechen, das ist der kleine Zwerg, dann kommt sofort der Normal-Mode. Oder mit dem Keeper, der rechts steht und dann kommt der Hard-Mode. Der Unterschied davon ist einfach, dass in dem Vorraum vier Türme stehen und wenn alle Türme überleben, dann kommt der Hard-Mode. Man kann sich aber auch dazu entscheiden, einfach zwei der vier Türme zu töten und dann bekommt man auch die Fähigkeit dazu, wo man seine Leute mit dem Verwüster auf den Boss draufschmeißen muss. So kann man sich schon mal an die Mechanik gewöhnen, ohne dass der Boss zu schwer wird. Denn mit jedem Turm gewinnt der Boss 40% mehr HP, die stacken. Und wenn man nur ein Turm oder zwei Türme macht, dann ist der Boss immer noch sehr einfach und ... Ähm, man tötet ihn auch ohne, dass man die draufschmeißen-Mechanik macht. Aber da kann man schon mal üben. Ja, weil im Hard-Mode ist es unabdingbar, dass man das mit seinen Teams gut hinbekommt. Bekommt man dann mehr Loot, wenn ich zwei Türme zum Beispiel zerstöre? Oder habe ich nur diesen, ich nenne es mal Übungsfaktor? Man hat nur den Übungsfaktor. Man bekommt mehr Loot ausschließlich, wenn man alle vier Türme am Leben lässt. Hast du noch einen direkten Hinweis, welche Türme ich am Leben lassen sollte oder welche zwei Türme ich zerstören sollte? Jeder Turm verstärkt ja, wie du auch schon erwähnt hattest, den Boss. Aber jeder Turm hat ja auch noch eine spezielle Fähigkeit. Gibt's da zwei der vier Türme, wo du sagst, die sollte man stehen lassen oder die können halt weg? Ähm, also wenn man einfach nur den Boss üben will, dann ist das völlig egal. Man könnte auch einfach nur einen Turm stehen lassen, dann kommt eine weitere Fähigkeit hinzu. Plus, dass man die Spieler auf den Boss draufschmeißen kann. Und wenn man's wirklich nicht eilig hat, dann könnte man auch einfach vier Wochen hintereinander immer einen anderen Turm ablassen. Dann sieht man, okay, das sind die Fähigkeiten. Dann kann euer Raid-Leiter sagen, okay, heute lassen wir den Freya-Turm ab. Das heißt, heute kommen noch zusätzlich Ads dazu und dann kann man nur die Ads üben. Und darauf die Woche macht man einen anderen Turm und so lernt man die Fähigkeiten des Hard-Modes ein-nacheinander. Und dann kann man sich dazu entscheiden, einfach mehrere Türme zu machen oder vielleicht dann auch den Hard-Mode zu machen. Weil im Raid ist es sowieso immer so, wenn Raid-Member Fähigkeiten ein-, zweimal gesehen haben und gespielt haben, dann ist es auch viel, viel einfacher, als wenn man sich ausschließlich aus dem Buch oder aus dem Guide halt irgendein Wissen anliest. Ja, deswegen zum Üben, macht das einfach, wie ihr wollt. Ja, nehmt die Türme, wo ihr gerade Lust auf habt oder wenn ihr Raid-Leiter seid, wo ihr denkt, ey, das sollte ich meinen Raid-Membern einfach mal zeigen. Perfekt. Wenn dann der Flammen-Levietan im Dreck liegt, dann gehen wir einfach mal weiter zu Klingenschuppe, dem fliegenden Drachen. Hast du hier irgendwelche Besonderheiten, die man beachten muss oder die man vielleicht erwähnen kann? Also Klingenschuppe ist ja ein Normal-, Only-Normal-Mode-Boss, das heißt, es gibt keinen Hard-Mode und von der Schwierigkeit her würde ich ihn, wenn wir jetzt einfach mal leicht, mittelschwer und sehr schwer irgendwie als Maßstab sehen, würde ich ihn als leicht einstufen. Der Boss hat ja zwei Phasen und das ist auch ein Boss, wo nicht wirklich etwas schief gehen kann. Ich würde da einfach empfehlen, dass man probiert, wenn man ihn das erste Mal runterholt, mit Bloodlust so viel Schaden wie möglich zu machen, alle CDs bis dahin aufbewahren. Und selbst wenn er bei euch nicht in einer Phase auf 50% droppt und damit in P2 geht, ist es überhaupt nicht schlimm. Dann geht er halt nochmal hoch, ihr killt nochmal ein paar Ads, guckt halt einfach nur, dass ihr nicht vor dem Drachen steht und alles andere, das läuft aber bei dem Boss von alleine. Also es ist auch ein guter Einsteiger-Boss. Kann man fast gar nicht mehr viel mehr hinzufügen. Lass uns mal direkt weiter springen zu Ignis, das ist auch ein weiterer optionaler Boss, auch nur im normalen Modus spielbar. Der war auf dem PTR noch ein bisschen ungenervt, oder? Beziehungsweise ich habe nur ein paar Streams gesehen oder habe es auch selber auf dem PTR erlebt, dass man seine Ads, die normalerweise ja in die Flammen gezogen werden müssen oder in sein Versängen, wie es ja heißt, und danach abgekühlt und dann werden die getötet, da sie ja sonst den Boss buffen. Ähm, dass die dort einfach ignoriert wurden und einfach voll Schaden auf den Boss gemacht wurde. Ich glaube, in der zweiten Runde des PTRs wurde das Ganze ein bisschen verstärkt. Wie ist allgemein deine Erfahrung zu Ignis? Ja, also Ignis würde ich auch wieder unter leicht einstufen, aber einen kleinen Ticken schwieriger als Klingenschuppe. Und du hast da vollkommen recht, auf der ersten Version des PTRs hat man die Ads, die spawnen, mit dem zweiten Tank einfach ein bisschen offgetankt. Und der Raid konnte komplett Schaden auf den Boss machen und musste sich um keine Abilities wirklich kümmern, außer die Boss-Abilities, die sowieso da sind. Und in der zweiten Version des PTRs haben die es so gemacht, dass sie den Schaden des Bosses erhöht haben, wenn ein Ads spawnt. Ähm, und das sollte countern, dass man die Ads nicht einfach am Leben lässt. Es ist nur so, dass der Boss auch so einfach ist, dass... Also spätestens, wenn auch Casual-Guilden ein bisschen mehr Loot haben, wird das die Taktik sein, die sich durchsetzt. Weil man kann die Ads mehr oder weniger als Off-Tank einfach kiten. Ja, man legt irgendwie eine Frostfalle hin oder einen Slow-Totem und läuft mit dem in Kreis. Das heißt, der Off-Tank ist relativ safe. Und da der Boss grundsätzlich nicht so viel Schaden macht, ist diese Erhöhung des Schadens auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ähm, ist wahrscheinlich die Taktik, die alle machen werden. Also einfach den Boss zergen und die Ads, ähm, nebenbei Off-Tanken. Ich hab mir das auch auf dem PTR angeschaut und dachte, oder ich konnte es am Anfang gar nicht glauben. Ich hatte den Guide auch ein bisschen anders geschrieben. Und, also, mit die, äh, tank die Ads einfach Off. Hab dann aber nochmal gewartet, weil ich mir einfach gedacht hab, das kann so nicht sein. Aber dann, ähm, ich bin da ganz deiner Meinung. Ich vermute auch, dass, äh, ich denk, ähm, aktivere oder, ähm, progressorientiertere Gilden werden das ab Sekunde 1 vermutlich so spielen. Ja. Ähm, aber man kann ja trotzdem noch diese, diese normale Taktik spielen, so wie der Boss vorgesehen ist. Aber ich bin ganz bei dir. Nach ein paar IDs, ähm, tankt man die Ads einfach Off und nuket den Boss. Also, da auch nicht falsch verstehen, die normale Taktik, so wie sie auch in euren Guide beschrieben wird, ist die richtige Taktik für den Boss. Und wenn ihr am Anfang struggelt mit dieser Cheese-Taktik, dann spielt das auch so wie beschrieben. Ja, also, es ist überhaupt nicht verkehrt, den Boss so zu spielen, wie er geplant war. Würdest du empfehlen, dass man trotzdem diese Cheese-Taktik am Anfang einmal probiert? Ja, 100 Prozent. Probiert's aus. Wenn's nicht klappt, könnt ihr immer noch, äh, zu der, ähm, gewollten Taktik switchen. Aber wenn's für euch schon klappt, dann warum solltet ihr euch irgendwie da Kopfschmerzen machen und den Boss schwerer machen, als er sein müsste? Also, habt ihr gehört, am Anfang einfach den Boss nehmen und die Ads von dem Off-Tank bis in Kiten, ein bisschen Off-Tanken lassen und Vollschaden auf dem Boss. Und wenn's nicht geht, dann nochmal in unser oder in irgendeinen anderen Guide ranschauen, wo die Taktik normal erklärt wird. Lass uns mal weiterfahren zu dem, ähm, XT-002, dem großen Roboter, der, äh, finale Boss so des ersten Flügels, nenne ich's einfach mal. Ähm, wird definitiv schon schwerer, hat auch einen Hard-Mode. Und zu dem gehen wir dann aber in der zweiten Runde ein. Lass uns hier mal kurz den normalen Modus besprechen. Du hast vorhin so schön die, die Schwierigkeit eingegrenzt oder eingeschätzt. Sag du einfach mal, was du über den Boss im normalen Modus, äh, zu sagen hast. Also, im normalen Modus würde ich den Boss auch bei leicht einstufen. Ähm, ungefähr auf dem Schwierigkeitsrad von Ignis, also ein bisschen höher als Rasiermesser oder als Klingenschupp. Und ein bisschen höher als Flammenleviathan. Aber er ist schon recht leicht auf dem normalen Modus. Das, äh, die Sache ist, der hat auf dem normalen Modus halt relativ wenig Leben. Und die Mechanik ist ja, dass er bei allen 25 Prozent diese Herzphase anfängt. Und ihr werdet da recht schnell merken, dass die Spieler heutzutage halt schon ein bisschen besser wissen, welche Tasten sie drücken müssen. Und dass der gesamte Fight einfach nur aus einer riesigen Herzphase besteht. Da der Boss einfach von Herzphase zu Herzphase so viel Leben verliert, dass er sofort in die nächste Herzphase reingeht. Das Problem daran ist natürlich, dass jedes Mal, wenn die Herzphase anfängt, spawnen Ads. Das heißt, im normalen Modus werdet ihr mehr mit den Ads zu tun haben, als wirklich mit dem Boss selber. Ist es nicht auch so, dass diese Erdbebenfähigkeit, ich weiß leider gerade den ganz genauen Namen nicht, dass man die auch umgehen kann, wenn man schnell genug ist. Und, äh, nach, ich glaub, die, die erscheint alle 60 Sekunden. Und wenn man ihn, ähm, 25, äh, 25 Prozent des Lebens abzieht, bevor eine Minute vergeht, dann kann man auch dieses Erdbeben umgehen. Genau. Also, dadurch, dass man, äh, man fängt den Bossfight ja an und zieht seinen, äh, Kampfrausch. Und bevor das erste, und ich glaube, das heißt auf Deutsch tympanischer Wutanfall. Also, auf Englisch heißt es Tantrum. Und bevor das erste kommt, ähm, hat man schon die Herzphase. Und in der Herzphase macht er das nicht. Und der Boss übernimmt ja nach der Herzphase den Schaden, den man aufs Herz gemacht hat. Und wenn ich mich nicht ganz irre, ist, wird der Schaden, den man aufs Herz gemacht hat, noch erhöht. Und das wird dem Boss zugefügt. Und wie ich gerade schon gesagt habe, das erste Herz kommt, bevor der erste, äh, Schlag auf den Boden, die Fähigkeit Tantrum überhaupt kommt. Und nachdem man das Herz getötet hat, dauert es vielleicht noch fünf bis zehn Sekunden und man ist direkt wieder in der Herzphase. Das heißt, diese Fähigkeit ist im Normal-Mode mehr oder weniger nicht vorhanden. Okay, alles klar. Also, kriegen wir auch oder kriegt auch jeder Casual-Plus-Raid auf jeden Fall ohne Probleme hin? Hundert Prozent. Also, höchstens zwei, drei Trice. Also, wenn man wirklich struggelt und, äh, den Raid-Abend wirklich als, äh, als Gaudi mit den Freunden sieht, dann wiped man daran vielleicht einmal. Aber, also, den werdet ihr alle down kriegen, gar keine Frage. Alles klar. Dann lass uns mal weitermachen mit dem Versammlung des Eisens. Da wird's ja dann, also, es gibt einen Hard-Mode, den wir dann gleich noch besprechen, aber da wird's ein bisschen anspruchsvoller. Oder was ist deine Einschätzung? Ähm, ja. Also, der Boss, das ist der erste Boss, der tatsächlich ein bisschen mechanisch anspruchsvoller ist, da der Boss wesentlich mehr Mechaniken hat als alle vier Bosse davor. Ähm, im Zehner ist der Boss aber sehr, 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 sehr viel einfacher als im Fünfundzwanziger. Und im Fünfundzwanziger ist es, wenn ihr euch die einfachste Version raussucht, ist es auch für euch machbar, aber ich würde den Boss auf Mittel einschätzen. Also, auf der einfachsten Stufe ist der Boss Mittel. Das heißt, ihr müsst euren Raid-Membern definitiv erklären, was sie zu tun haben. Äh, die Mechaniken, die dort passieren, sind, ähm, wesentlich tödlicher. Ja, also, dort zu sterben ist, die Chance, dort zu sterben, ist sehr viel höher als bei allen Bossen vorher. So, und wenn ihr euren Raid-Membern einfach erklärt, in welcher Reihenfolge ihr das macht, dann könnt ihr euch vorher genau angucken, ah, was passiert denn? Weil, je nachdem, in welcher Reihenfolge man ihn tötet, kommen ganz verschiedene Fähigkeiten zu dem Fight hinzu. Aber auf der einfachsten Stufe, ja, also, Mittel und so nach fünf, sechs Trace werdet ihr den wahrscheinlich auch alle tot haben. Klingt auch auf jeden Fall noch machbar. Also, da fand ich so, es war so der erste Boss im Fünfundzwanziger, wo man, wo die Erklärungen etwas länger wurden auf dem PTR. Ähm, oder der, der, wo das bei uns geguidet hat, ähm, etwas länger sprechen musste. Ähm, aber war trotzdem machbar. Also, wie du schon sagtest, ähm, je nachdem, in welcher Reihenfolge man die tötet, ähm, umso leichter oder umso schwerer wird's, wenn man, äh, dort einfach mit dem Größten anfängt, sagen wir's mal so, und den dann, äh, zuerst umhaut. Dann ist es wesentlich leichter. Wenn der dann stirbt, bekommen die, die, die anderen zwei Bosse Fähigkeiten. Und, äh, so wird dann auch der Hardmode aktiviert. Wenn ein gewisser Boss dann zum Schluss stirbt, dann ist es so gesehen der Hardmode. Okay, super. Ähm, lass uns gleich mal weitermachen mit Kologan, dass wir auch mit den normalen Bossen hier durchkommen, dass wir uns hier den Hardmodes widmen können. Äh, Kologan ist so der Riese, der uns, äh, den, den letzten Weg versperrt in den Hauptraum, nenn ich's mal. Der Boss funktioniert sehr stationär, also hat drei Hitboxen, seinen Kopf und seine zwei Hände, die spiegelverkehrt so gesehen vorn sind. Also seine rechte Hand ist von uns links und seine linke Hand auf der anderen Seite. Und, ähm, ich fand ihn, ehrlich gesagt, auf dem PTR relativ leicht, weil man, ähm, einfach nur gesagt hat, zerstört den rechten Arm, also der sich, wie gesagt, bei uns links befindet. Und wenn der tot ist, dann geht der auf den Boss und die Ads macht ihr weg und die werden offgetankt und geht raus aus den Augenstrahlen. Also fand ich nicht schwer. Ja, also das Schwerste an dem Boss ist tatsächlich herauszufinden, dass der rechte Arm links ist und der linke Arm rechts ist. Weil wenn man einfach hingeht und sagt, okay, alle auf den rechten Arm, dann hauen alle auf den linken Arm. Also, wenn man das geklärt hat, was rechts und was links ist, da der Boss natürlich spiegelverkehrt steht, da kriegt man den Boss auch hin. Ähm, ich würde ihn von der Schwierigkeitsstufe aber auf Mittel setzen, also er ist schwieriger als die Anfangsbosse, ähm, da man dort Fehler machen kann, die einen töten. Und solange man nicht beide Arme gleichzeitig tötet, ist der Boss sehr, sehr einfach. Und es ist auch nicht schlimm, wenn mal jemand dabei stirbt. Wenn man aber beide Arme gleichzeitig tötet, und da kommen ja dann diese kleinen Erdelementare raus, dann kann es durchaus passieren, dass man da wiped. Also, solange ihr das beachtet und euren Schadensmachern sagt, ey, lasst den linken Arm einfach komplett in Ruhe, ist das ein ganz entspannter Fight. Aber die Erdelementare kommen ja immer, oder? Also immer, sobald du einen Arm zerstörst, erscheinen Erdelementare, oder? Also die kommen ja nicht, wenn man, also die kommen ja nicht nur, wenn man beide zerstört. Genau, also ... Ah ja, okay, dann hab ich das mal falsch verstanden. Wenn man einen Arm tötet, kommen Erdelementare, nur wenn man beide Arme gleichzeitig tötet, kommen auf beiden Seiten Erdelementare. Ja, und das ist dann das Problem. Deswegen, das hatten wir auch einmal auf dem PTR, und vielleicht werdet ihr jetzt lachen, aber auch eine Gilde wie Ambu ist dann da einfach mal gewiped. Ganz entspannt. Genau, super. Dann lass uns mal zu Aurillaya weitergehen. Oder Aurillaya, wie spricht man die auch? Genau dasselbe Problem habe ich auch. Und ich finde, von den Namen her ist die noch vor XT002-Dekonstruktor der zweitschwerste Name. Also, ich sag einfach mittlerweile nur noch Auri. Wir bleiben ja Auri. Das ist schon das Schwerste im Boss, der Name. Der Name und der Pull, oder? Ja, also ... Bei Aurillaya, wenn ihr den Pull richtig schafft, dann habt ihr 50% des Bosses schon tot. Ja, also ... Im Pull kann es sehr schnell passieren, dass einfach Leute sterben. Und wenn die Tanks sterben, dann ist der Pull mehr oder weniger vorbei. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, die auch ihr, glaube ich, in eurem Guide erklärt habt, wie man den Boss richtig pullt. Und wenn das passiert, dann ist der Bossfight sehr straightforward. Ja, man steht am Boss dran. Und wenn irgendwelche Ads spawnen, tötet man die Ads. Und ich würde den Boss auch auf Mittel einstufen, da doch schon was schieflaufen kann. Und da man auch Fehler machen kann, die zu einem Wipe führen. Aber dort wird auch niemand von euch mehr als fünf Tries brauchen. Und ich denke, wenn man als normale Casual-Gilde einen Boss in fünf Tries tötet, einen Normal-Boss, dann ist der relativ okay getunt. Also Mittel. Aber klär mal noch kurz, warum der Pull so schwierig ist. Oder warum man dort Dinge beachten muss. Ja, also neben Ori laufen ja vier Panther. Ich glaube, es sind Panther rum. Und die haben so eine Attacke, wo sie einen Spieler anspringen. Und dieses Anspringen macht sehr viel Schaden. An einem Spieler, also an einem DPS-Spieler oder Heiler, seid ihr One-Shot-tot. Und selbst ein Tank stirbt One-Shot, wenn ihn drei, vier Ads anspringen. Und selbst wenn der Tank seinen dicken CD anhat und alle vier Ads springen ihn an, ist der Tank tot. Da gibt's aber eine einfache Lösung früher. Und das ist, dass man den Boss einfach mit einem Totem zum Beispiel von einem Schamanen-Pult und alle verstecken sich dann hinter so einer Säule. Und wenn die Ads dann um die Säule laufen, sind die so nah dran, dass die einen nicht mehr anspringen. So, und sobald man das verstanden hat, dass man nicht zu früh rausläuft, kriegt man den Pull auch hin. Aber da haben wir auch, als wir das allererste Mal den Boss gemacht haben, stande ich mit meinem Tank-Kollegen zu früh draußen und zack, bup, war einer tot. Okay, also das kann man sich da bei dem Boss wirklich merken. Dass man lieber ein bisschen zu vorsichtig pullt, zu spät sich zeigt, vor allem als irgendwie Stoffträger oder halt als Heiler. Und dann ist man da schon mal auf jeden Fall sehr gut dabei. Ich würde fast direkt mal weitergehen zu Hodir. Oder hast du noch was zur guten Aufwand zu sagen? Nee, nee. Alles klar. Dann lass uns mal bei Hodir weitermachen. Gibt's ebenfalls einen Hard-Mode, der eigentlich nur darin besteht, dass man den Boss binnen zwei Minuten tötet, meine ich. Das ist der Hard-Mode, aber den besprechen wir dann später noch mal kurz. Wie ist denn so deine Einschätzung zum normalen Modus? Dem Boss würde ich auch auf Mittel einstufen. Die Fähigkeiten, die der Boss macht, sind hauptsächlich, dass man sich bewegen muss. Und solange ihr euch bewegt, kann auch nicht sehr viel passieren bei dem Boss. Man hat da so ein paar NPCs, die einem in dem Fight helfen. Und die helfen einem wirklich sehr viel. Im Normal-Mode wird man ja höchstwahrscheinlich sein ganz normales Heiler-Team dabei haben. Also fünf, vier, fünf Heiler, fünf, sechs Heiler. Und mit so vielen Heilern ist der Normal-Mode natürlich sehr, sehr viel einfacher. Und da gibt's auch keine Abilities, die der Boss macht, dass wenn ein Spieler einen Fehler macht, der Raid einfach stirbt. Und deswegen würde ich Hodi auch auf Mittel lassen. Der hat zwar einige Fähigkeiten, auf die man achten muss, aber selbst wenn jemand dort einen Fehler macht, ist das nicht so schlimm. Und ihr legt den Boss dann trotzdem noch. Ich finde, bei Hodi braucht man immer nur so ein paar Sachen im Kopf. Dieses, bleib immer in Bewegung, dass du keinen Schaden erleidest durch diesen Debuff. Also eher leidest durch diesen Debuff, der, wenn du dich nicht bewegst, der stackt. Und der wird immer höher. Und dann bekommst du pro Sekunde einfach Damage ab. Achtet immer auf diese kleinen Kreise, weil da fliegt gleich was von oben runter und macht Aua. Und bei den großen Kreisen, da so langsam daneben hinstellen, weil da entsteht dann so eine Schneedecke, wo man danach drauf muss. Also allein mit diesen drei Regeln glaube ich, dass man im normalen Modus durchkommt. Da gibt es natürlich, wie du schon sagtest, diese Fähigkeiten der NPCs, dieser Strahl des Druiden. Wenn du da drin stehst, machst du mehr Damage, du hast mehr Crit und so weiter. Aber ich glaube, so wirklich, wirklich relevant werden die erst im Hard-Mode. Also da benötigt man ... Und selbst wenn man im Normal-Mode mal nicht auf dem Schneehaufen steht und zum Eisblock wird, ist das nicht so schlimm. Natürlich ist das nie gut, weil dann fehlt Schaden auf den Boss oder Heilung. Aber im Normal-Mode nicht so wild. Holt die Leute dann einfach raus und weiter geht's. Spielt ihr, holt ihr mit einem Frost-Resi-Tank oder hat euer Main-Tank einfach ein bisschen Frost-Resi an? Also wir werden ihn ja nur im Hard-Mode spielen und ich bin dort der Tank und ich hab keine Frost-Resi an. Würde ich aber nicht jedem empfehlen. Das kann man machen, wenn man seine CDs sehr gut timet und seinen Heilern vertraut. Aber ich würde jeder Casual-Gilde, normalen Gilde, würde ich schon empfehlen, dem Tank ein bisschen Frost-Resi reinzutun. Kriegt man die eigentlich auch relativ entspannt hin, weil man muss ja keine wirklichen Items tauschen. Also klar, man tauscht Items, aber die meisten der Frost-Resi-Geschichten sind ja eh von Verzauberungen oder einen Ring kann man tragen. Gibt's ja so vier Dinge, da kommt man auf 180. Ja, also zur Resi vielleicht noch mal wichtig, weil das viele nicht verstehen. Die Resi, die hat Breakpoints und es bringt nichts einfach, 2, 3, 4, 5 oder 20, 30 Resi drauf zu tun, wenn man damit nicht den Breakpoint erreicht. Und alleine durch die Aura selber müsstet ihr, glaube ich, 130 Resi bekommen. Und diese 130 Resi reichen schon aus, um den ersten Breakpoint zu kriegen. Das heißt, ihr bekommt 10% weniger Schaden. Der nächste wichtige Breakpoint wäre dann bei 219 Resi. Ja, also, wenn ihr der Tank seid, probiert, wenn ihr es hinkriegt, ohne irgendwie kritbar zu werden, auf 219 zu kommen. Und ansonsten lebt einfach mit der Resi von der Aura. Also, ist, glaube ich, in beiden Fällen ganz gut machbar. Also, so einer Casual-Bluss-Gilde kann man auf jeden Fall schon empfehlen, dass man was im Petto hat, um so auf die genannten Werte halt irgendwie zu kommen. Aber wie du schon sagst, ich glaube, umso besser das Gear wird, umso leichter wird der Boss dann natürlich auch. Och, mei, das ist jetzt so eine 10 Euro ins Phrasenschwein irgendwie. Aber das wird natürlich jeder Boss. Aber es kommt bei Hodir auch auf eure Schadensmacher an. Weil die Schadensmacher haben die Möglichkeit, bei Hodir sehr, sehr viel Schaden zu machen. Und wenn ihr wisst, ihr habt bei euch irgendwie DDs im Raid drinne, die sehr viel Schaden machen und die Buffs von den NPCs sehr gut ausnutzen, dann könnt ihr euch das als Tank tatsächlich nicht erlauben, sehr viel Frostresi anzuziehen, weil ihr dann keine Chance mehr habt, die Agro zu halten. Also, macht das so, wie ist euer Raid. Ihr kennt eure DDs am besten, Tanks. Wenn ihr wisst, da sind einfach Leute, die sehr gut Schaden machen, dann sprecht das entweder mit denen ab, dass die sich ein bisschen zügeln sollen. Oder sagt euren Schurken, die sollen euch mehr Schurkenhandel geben. Ja, also, geht nicht einfach da rein und boah, ich hab hier mein Frostresi-Set mit 300 Frostresi und dann läuft der Boss sofort weg, weil irgendein DD Agro hat. Und ja, dann ist Chaos. Dann lasst uns mal weitermachen bei Thorim. Der Boss, der ja so gesehen in, ja, drei Phasen, zwei Phasen, also zwei Phasen, eine Vorphase, so kann man es ungefähr nennen, dass man in die Arena geht, dann splittet sich der Raid, der eine geht den Gang hoch und versucht, Thorim zu erreichen. Wenn man das binnen, glaube ich, drei Minuten, also korrigiere mich gerade, wenn ich falsch liege, binnen drei Minuten Thorim erreicht, dann startet der Hard-Mode und seine Frau namens Sif bleibt im Kampf, die kann man da nicht angreifen und die macht dann Schaden auf den Raid. Wenn man es aber nicht binnen drei Minuten schafft, dann startet der Normal-Mode. Also, wenn ihr, warum auch immer, dann nur Normal-Mode spielen wollt und ihr würdet es schaffen, dann müsst ihr am hinteren Ende des Ganges noch mal warten und geht halt dann erst zu Thorim nach diesen drei Minuten. Genau. Was sind so deine Einschätzungen, vor allem so vom Schwierigkeitsgrad? Ich würde Thorim im normalen Modus auf Mittel-Plus setzen, sage ich mal. Der ist schon ein bisschen schwieriger als Hodir. Schwer ist es da tatsächlich auch, den Hard-Mode nicht zu aktivieren, weil diese drei Minuten sind ein bisschen sehr lang. Also, fast jeder, also jeder von euch wird eigentlich, wenn er den Normal-Mode spielen will, schon mit dem Gang fertig sein und muss sich dann da oben ganz klar dazu entscheiden, okay, wir hauen Thorim jetzt noch nicht an, damit wir nicht in den Hard-Mode kommen. Was bei Thorim schwer ist, und das macht er im Normal-Mode auch, ist, dass ihr für den Raid eine ganz bestimmte Aufstellung braucht. Ansonsten hat er eine Fähigkeit, wie auch Celiac in Naxxramas zum Beispiel. Das ist ein Chain-Lightning, was immer weiter überspringt. Wenn ihr vorher ganz klar ausmacht, wer wo zu stehen hat, ist der Boss recht easy. Wenn ihr das nicht gemacht habt, ist der Boss sehr schwer, weil ihr dann einfach sterben werdet. Ja, also da ist Vorbereitung alles. Ja, es gibt einige Fotos davon, wo drinsteht, wie man sich da aufstellt. Immer mit zwei Leuten aufeinander und dann ist er nicht ganz so schwer, der Boss. Du meintest die richtige Aufteilung. Hast du irgendwie eine spezielle Aufteilung, also 13 Leute in den Gang und davon müssen ein Tank und zwei Heiler sein und der Rest bleibt in der Arena oder macht ihr eine ganz andere Aufteilung? Ja, also in P1, das ist ja erst mal diese Add-Phase und ich finde die eigentlich ganz cool, weil sich der Raid halt auch einfach aufteilen muss und jeder Raid ist wie so ein kleines Spezialkommando, was so seinen eigenen Job zu tun hat. Wo ihr da vielleicht einfach drauf achtet, ist, dass ihr in die Arena hauptsächlich eure Nahkampf-DDs tut und in den Gang eure Ranged-DDs. Weil in der Arena selber gibt's einen Debuff für Caster, der die Car-Speed um 75 Prozent verringert und das hilft natürlich nicht. Und was euch definitiv am Anfang ein paar Mal passieren wird, ist, dass Leute in dem Gang sterben. Also da gibt's schon ein paar, da sind ja zwei so kleine Minibosse und ein paar Ads und die haben schon ein paar Fähigkeiten, die man wissen sollte. Und es kann sehr schnell passieren, dass dort einfach einer stirbt, weil er Agro zieht von einem der Ads oder weil er auf der falschen Seite steht bei so einem Miniboss. Und das wird der Hauptgrund sein, warum ihr bei Torim normal ein paar Mal wipen werdet. Bis dann das Gangteam raus hat, was es zu tun hat. In der Arena selber, da springen einfach ein paar Ads runter und die leben auch nicht lange. Da kann man nicht wirklich viel falsch machen. Alles klar. Dann lass uns mal weitergehen zu Freya. Einer der letzten Wächter. Jetzt haben wir ja Hodia, Torim. Da gibt's noch Freya und dann kommt noch einer. Was ist denn so deine grobe Einschätzung? Also für mich fand ich, ab da wurde's dann etwas kniffliger, weil man halt schon etwas mehr beachten musste. Also auch im normalen Modus auch mal Raid-Cooldowns ziehen und solche Sachen. Also da sind wir auf dem PTR auch im normalen Modus paar Mal geweibt. Wie ist so deine Einschätzung? Ja, also ich selber hab den Boss nie in normal gespielt, weil wir ihn sofort im Hard-Mode gemacht haben. Aber das ist einer der ersten Bosse, wo jeder einzelne Spieler im Raid wirklich Verantwortung hat. Und viele Classic-Spieler sind das halt bisher nicht gewohnt. Und wenn man seinen Job nicht ernst nimmt und versteht, und das gilt grundsätzlich für komplett Ulduar, nehmt euren Job dort ernst, den ihr habt, und achtet nicht so sehr darauf, dass ihr im Schadensmeta sehr hoch seid, sondern achtet darauf, dass ihr nicht sterbt und die Fähigkeiten gut spielt. Und Freya ist genau dort, äh, piekst das so den Raid und sagt, okay, wenn ihr jetzt nicht auf eure Aufgaben achtet, dann werdet ihr mich nicht töten. Und bei Freya merkt man das halt extrem durch die, äh, vielen Abilities, wo ein einzelner Spieler rauslaufen muss. Und dann muss eine kleine Gruppe von DDs irgendwie rechts noch einen Baum töten. Und hintereien sind ein paar eingewurzelt. Und da müssen sich auch welche drum kümmern. Und auch für euch als Raid-Leiter ist es, das ist so ein Fight, der ist sehr, sehr wuselig. Es passiert überall was. Vorne, hinten, rechts, links. Zusammenlaufen, auseinanderlaufen. Und das ist für viele Raids erst mal recht schwierig, sich daran zu gewöhnen. Und ich würd den Boss unter den normalen, ähm, auf schwer tun. Aber, ne, diese Einteilung, die gilt jetzt nicht schwer wie ein Hard-Mode, sondern schwer für einen normalen Boss. Ähm, weil ihr da einfach verschiedenste Sachen habt, die ihr erst mal überhaupt verstehen müsst, ähm, um, um den Boss, äh, zu töten. Allein weil's ja so von der Mechanik her kein klassischer, äh, Bosskampf ist. Also, wird es dann, weil du ja die, die ersten fünf oder sechs Minuten eigentlich nur Aids tötest, um ihr ja so gesehen diesen Debuff runterzunehmen. Und es kommen ja drei verschiedene Wellen von Aids. Und jede funktionieren dann, oder jede Welle oder jede Art von Aids funktioniert dann doch ein bisschen anders. Gleichzeitig ist, wie du ja gerade eben schon auch erwähnt hast, spawnt ein Baum, äh, spawnt ein Baum, der sie dann heilen kann. Der hat First Prio. Also, es ist super wuselig. Also, kann ich genau so unterstreichen. Wir sind da auf dem PTR, ähm, auch einige Male gewiped. Und wir haben, wir haben das nur auf Normal gemacht. Also, nicht einige Male, aber schon drei, vier. Ja, doch, das sind einige Male. Also, man muss dann schon so ein paar Sachen timen. Auch, ich fand, ab da wurde es dann schon relevant, auch, äh, Raid-Cooldowns zu nutzen, dass man halt, ähm, Raid-Sack, wie heißt es denn auf Deutsch, ähm, vom Paladin, die ... Müsste heißen ... Puh. Da müsste ich nachgucken. Also, ich spiel das Spiel leider nur auf Englisch und, äh, ich mach meine eigenen, äh, Raid-Ansagen auch alle auf Englisch. Ähm, Opferung ist das deutsche Wort, dann müsste das Schlachtzugs-Opferung oder sowas heißen. Also, das ist ja, ähm, im Holy-Baum, dass der Paladin, ähm, seine Fähigkeit zünden kann, dass er den Schaden seiner Gruppe übernimmt und, äh, plus auch noch 20 Prozent des Raid-Schadens, glaub ich, für sechs Sekunden. Also, es gibt halt spezielle Raid-Cooldowns und das ist einer davon. Und, ähm, da wurde's, fand ich, sogar im normalen Modus schon, ähm, etwas relevanter, die dann zu usen. Im Hard-Mode, glaub ich, ist es extrem, extrem wichtig. Aber da kommen wir dann später oder vielleicht dann im zweiten Teil des Videos, schauen wir mal, wie wir's aufteilen, ob wir das jetzt in einem Vier-Stunden-Video machen oder ob jetzt vielleicht ein bisschen, äh, splittendes Video, dann wird's ein bisschen schöner. Okay, hast du noch was zu Freya zu sagen? Sonst würde ich weitermachen. Ähm, nee, das, was du schon gesagt hast, das ist der erste Boss, wo ihr eure Cooldowns für den gesamten Raid, wie jetzt den, äh, Raid-Sec oder Divine-Sec von Parler, wo ihr den schon gut timen müsst. Ja, genau. Wir blenden die Namen auch einfach noch mal auf Deutsch ein, also die Fähigkeit, das tut mir leid. Ich hab die in den Videos verwendet, aber mir fällt's grad auch einfach nicht ein. Tut mir leid. Äh, genau. Dann lass uns mal weitergehen zu Mimiron. Ähm, meiner Meinung nach, also wo ich auch den Guide geschrieben hab und wo wir dem auch auf dem PTR angegangen sind, schon hart. Also ich fand ihn auf Normal schon wirklich schwer. Es gibt da insgesamt, ähm, vier Phasen, ähm, der man schon unfassbar viel, äh, beachten muss, weil jede Phase eigentlich doch relativ anders funktioniert. Die Positionierungen im normalen Modus sind relativ ähnlich. Wir waren aber auch nur ein zusammengewürfelter Haufen auf dem PTR und ich glaube, zehn Vibes würden nicht reichen auf dem normalen Modus. Er lag dann schon, aber, boah, war schon anstrengend. War kurz vor, lass, lass mal's einfach gut sein. Habe ich gesagt, das war, das war ein zusammengewürfelter Haufen auf dem PTR. So ging's uns im Hard-Mode davon, aber ja, ich würde da auch zustimmen, dass Mimiron schon ein schwerer Normal-Mode ist, da bei Mimiron viele Fähigkeiten kommen, die dich sofort töten können. So, und wenn du dann einmal unkonzentriert bist und in Phase 1, äh, in der, in der Ability nah am Boss dran stehst oder in Phase 2 von dem, von der Laserkanone getroffen wirst oder von so einer Rakete, ähm, dann ist man einfach tot. Und zwar sofort und da kann dir auch keiner, kein Heiler irgendwie helfen. Ähm, und wenn dort nicht alle wirklich konzentriert sind, dann kann das sehr anstrengend werden, ähm, da der Bossfight auch relativ lang ist. Und wenn man dann irgendwie es geschafft hat, bis zu Phase 3, Phase 4 zu kommen, ähm, und da dann sich ablegen muss, dann ist, ah, der Laufweg recht lang und wieder buffen und das kann sich halt sehr hinziehen. Und deswegen würde ich Mimiron auch auf schwer setzen. Aber da auch wieder schwer im Normal-Mode und ohne da, dass ihr euch da jetzt Angst macht, der ist im Normal-Mode für jeden Casual-Gilde definitiv legbar. Ich sag mal so, du hast es in 10 Trice oder irgendwas mit einer Random-Gruppe gemacht. Wenn ihr als Gilde schon ein bisschen zusammenspielt, dann werdet ihr dort auch in 10 Trice durch sein. Ja, also wir haben uns dann teilweise halt auch blöd angestellt. Aber wie gesagt, da hatten wir 10, 15 extrem gute Spieler dabei, aber halt auch 10 Leute, die nicht so gut waren. Und die merkst du halt. Die kannst du bei diesem Bosskampf nicht mehr mitziehen. Ähm, was mir so, was ich jedem, glaube ich, empfehlen würde bei dem Boss und korrigiere mich da gern, wenn ich falsch liege oder emergänze es, ähm, ich würde da jedem sagen, macht unbedingt für jede Phase eine feste Positionierung aus. Also es gibt, wenn man dem auf dem normalen Modus spielt, gibt's eigentlich, meine ich, nur eine einzige Phase, ähm, bei der man gebündelt steht. Und das ist die Phase 3, wo ein Hexer seinen Kopf tankt. In jeder anderen Phase steht man um 360 Grad um diesen Boss rum. Und man kann eigentlich rein theoretisch, da man zwischen den Phasen, ja, schon 15, 20 Sekunden teilweise hat, immer an dieselbe Position rennen. Wenn ich jetzt feste Heiler für meine Gruppen einteile und weiß, Gruppe 1 steht hier, Gruppe 2 steht da, Gruppe 3 steht hier und der Heiler ist für die verantwortlich und der, also diese Einteilung im Voraus fand ich, ähm, extrem wichtig. Wo wir das dann nochmal richtig durchgesprochen hatten, war's nicht mehr so schwer. Ja, das hilft auf jeden Fall. Und Mimmyron ist auch ein Fight, wo ihr gerne mal einen Heiler mehr mitnehmt als normal oder vielleicht euer Shadow Priest mal das Heilen aushilft. Und gibt so Not jedem eurer Heiler einen Marken beim Kopf, schiebt in jede Gruppe einen Heiler rein und haltet euch dann auch bei diesem Heiler auf. Ähm, da den gesamten Fight über und gerade in Phase 2 kommt sehr viel Schaden auf, äh, gerade auf so Gruppen, wenn sie mehr oder weniger zusammenstehen. Und dann kann sich euer Heiler da relativ gut drum kümmern. Alles klar, also da würde ich fast auch sagen, ist das A und O. Also da so ein bisschen im Vorfeld absprechen, auch nochmal auf jeden Fall Raid-Cooldowns, ähm, bedenken und beachten. Gibt ja dann auch, ähm, noch Hymne der Hoffnung, glaube ich, vom Priester heißt es. Ähm, oder man kann auch Gesus einfach einteilen, dass man halt sagt, jetzt nehmen alle einen Gesu oder jetzt machen wir das Raid-Sack oder... Also sprecht auf jeden Fall eure Raid-Cooldowns ab. Das wird unfassbar, ähm, dem kompletten Raid helfen. So, wenn wir den in den Staub befördert haben, dann geht's auf die finale Etappe und zu General... Wesax heißt er, glaube ich, oder? Ja, richtig. Ähm, wie ist denn dann bei dem so deine allgemeine Einschätzung? Bevor wir ein bisschen mehr ins Detail gehen, kannst du gerne nochmal sagen, wie du ihn kategorisch von der Schwierigkeit eingliedern würdest? Hm, von der Schwierigkeit würde ich ihn wahrscheinlich irgendwo zwischen Mittel und Schwer setzen. Es ist halt ein anderer Fight wie viele andere, da ihr dort keine richtige Mana-Regeneration habt und ihr da die grünen Wolken töten musst, um Mana wieder zu bekommen. Solange ihr aber aufpasst, dass ihr nicht in so einem Void, in so einem Void-Geschoss drinsteht oder ihr mit diesem einen Debuff, der in dem Bossfight kommt, rauslauft, macht ihr euch den Boss sehr, sehr, sehr viel einfacher. Also da muss wirklich auch einfach nur jeder verstehen, okay, wenn ich irgendwie die Anzeige von Deadly Boss Mods auf mir drauf habe, dass gleich so ein Schattengeschoss kommt, dann laufe ich weg. Und wenn ich den Debuff habe, dann laufe ich auch weg. Und wenn das jeder befolgt, ist der Boss sehr viel einfacher. Aber wenn dort ein paar Leute zu greedy sind, sag ich mal, und unbedingt mehr Schaden machen wollen und sich nicht bewegen wollen, dann kann es schwer werden, weil der Boss heilt sich dann immer wieder hoch und man fliegt die ganze Zeit hin und her, wenn man getroffen wird. Und das macht es schwerer, als es sein muss. Ja, das ist, finde ich, auch dieser Ego-Boss. Also das ist der Boss, wo man einfach sagen muss, okay, diese halbe Sekunde früher gehe ich weg und riskiere nicht, dass diese AE-Fähigkeit und dieser Schattenblitz, glaube ich, heißt er, oder dieses Schattengeschoss, dass die jetzt im Raid landet, habt ihr den Boss auch mit dieser Mechanik gespielt, dass alle Fernkämpfer und Caster gebündelt unterhalb des Bosses stehen und die rennen immer nur nach links und rechts weg und wenn dieser Schattengeschoss ankam, dann rennen die wieder zusammen? Oder wie habt ihr das von der Position gemacht? Ja, wir haben diesen Boss auch tatsächlich nur im Hard-Mode gespielt, aber auch im Normal-Mode. Im Normal-Mode würde ich empfehlen, zwar Gruppen zu machen, aber nicht alle unbedingt auf einen Fleck, da, wenn ihr diese schwarze Fläche unter euch habt, ist euer Schaden sehr erhöht und eure Mana-Ausgaben sehr verringert, da ihr ja keine Mana-Regeneration habt. Im Normal-Mode ist es aber tatsächlich gar nicht so extrem wichtig, diesen Zusatzschaden zu haben, sondern einfach nur überleben, da der Boss relativ schnell stirbt. Also ich würde mich im Normal-Mode wahrscheinlich, wenn ich Schwierigkeiten habe, einfach in mehrere Camps aufteilen, dass falls mal ein Camp getroffen wird, das halt nicht Schaden auf den gesamten Raid macht und wenn jemand diesen Debuff bekommt und dieser Debuff bewirkt halt, dass alle im Umkreis von 15 Metern um den Spieler Schaden bekommen und den Boss hochheilen, wenn ihr dann natürlich in nur einem Camp steht und der Spieler läuft nicht raus und das tickt drei-, viermal auf den gesamten Raid, dann heilt sich der Boss ziemlich stark hoch. Und wenn ihr euch da nicht so ganz sicher seid, dass da jeder auf Zack ist, sofort rauszulaufen, würde ich mich einfach ein bisschen breiter im Raum verteilen. Ja, wenn ihr euch sicher seid oder ihr habt einen guten Spieler, der die Ansagen machen kann, hier Spieler XY raus, dann stellt euch als eine Gruppe hin und immer wenn so ein Schattengeschoss kommt, lauft einmal zehn Meter nach rechts. Ich würde das prinzipiell jedem empfehlen sogar, aus dem Grund, wenn man vorhat, irgendwann in Hard-Mode zu spielen, dann musst du es doch fast so spielen, weil du doch konstant von diesem Buff profitieren musst, um so weit zu kommen, oder? Also im Hard-Mode spielt man den doch schon so. Ja, tatsächlich nicht. Weil im Hard-Mode muss man den Boss ja über viereinhalb Minuten spielen, weil man darauf warten muss, dass die kleinen grünen Geister zusammenkommen. Und im Hard-Mode ist es so, dass man 80 Prozent der Zeit einfach nur rumsteht und darauf wartet, dass der Hard-Mode überhaupt beginnt. Das heißt, man hat den Boss schon lange downgebracht und wartet dann einfach nur noch darauf, dass dann der Hard-Mode tatsächlich anfängt. Und bei uns war es so, dass die Caster-DDs da eigentlich, ja, die haben einmal CDs gezogen, wenn sie auf der Fläche standen und dann standen die dann nur noch mit dem Zauberstab und haben draufgehauen. Und dann vielleicht an euch, wenn ihr euren Zauberstab noch nicht hochgeskillt habt, tut es jetzt, weil wenn ihr bei Vesex nicht in so einer schwarzen Fläche steht, dann ist für euch Zauberstab-Time angesagt. Okay. Also ich, wir haben den auf dem PTA so gespielt, mit dem Hin- und Herlaufen, also auch nur auf dem normalen Modus. Also klar, zusammengewürfelt und so weiter. Aber da hat es hervorragend funktioniert. Also drei, vier Trice, wir haben es dann aber erst dann so gemacht. Also mit dem, davor waren wir, standen wir so einander, da hat es nicht so gut funktioniert. Und als wir dann gesagt haben, okay, die Caster einfach zusammen, also die Fernkämpfer zusammen, und wenn ein Schattengeschoss kommt, dann laufen die raus und dann wieder zusammen, dann hat es gut funktioniert. Also wenn ihr jemanden habt, der gute Ansagen im Raid macht und der steht hinten im Camp, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, zusammenzustehen. Ja, weil dann gebt ihr ja die Verantwortung an eine Person ab und wenn der dann sagt, bewegen, dann bewegen sich auch alle. Wenn ihr das aber nicht habt und alle Reign-Spieler sind selbst dafür verantwortlich, das zu sehen und dann zu laufen, dann kommt es halt sehr schnell zu Unfällen. Aber wenn ihr da jemanden habt, den ihr abstellen könnt, dem ihr vertrauen könnt in eurem Raid, wo ihr wisst, dass der jedes Schattengeschoss ansagen kann und jeden Debuff ansagen kann, dann ist es sehr viel einfacher. Okay. Gibt's noch irgendwie Geheimtipps? Also irgendwie Dunkelrunen farmen ja schon viele, oder? Dass man ein bisschen Mana wieder pumpt. Ich glaube, ich bin mir nicht mal sicher, ob Darkruns oder Dunkelrunen da funktionieren, um ehrlich zu sein. Weil dort funktioniert ja nur ganz bestimmte Fähigkeiten vom Hunter oder vom Vergelter-Paladin. Und ja, mein Geheimtipp ist, zur Not einfach den Zauberstab hochskillen. Weil wenn ihr mal anfangt, außerhalb von so einer schwarzen Fläche zu casten, dann seid ihr innerhalb von 20, 30 Sekunden ohm und ihr bleibt ohm. Und mit dem Zauberstab könnt ihr dann wenigstens noch ein bisschen helfen. Wird sich's lohnen, oder vermutlich auf jeden Fall, wenn man sein ganzes Mana-Rack-Gier ablegt und dafür dann halt einfach Crypt-Gier anzieht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Wechselrüstung hab und tausche meine drei, vier Teile, wo MP5 drauf ist, mit Crypt oder noch mehr Zaubermacht. Ja, auf jeden Fall. Und gerade auch für Heiler gibt's ja auch einige Mana-Rack-Trinkets, die bringen euch bei dem Fight gar nichts. Also wirklich gar nichts. Bei dem Fight bringt's euch mehr, einen großen Mana-Balken zu haben, als einen kleinen, der sich schnell auflädt, weil das funktioniert bei Vesex halt einfach nicht. Alles klar. Lass uns mal zum Endboss kommen. Jok, Saron. Da hat man ja prinzipiell auch die Möglichkeit, einen Hardmore zu spielen, wenn ihr die vier Wächter besiegt habt. Also Freya, Rudia, Torum und Mimiron. Dann stehen die in diesem Hauptraum, in diesem Runden. Und wenn ihr die dann ansprecht, dann könnt ihr die zur Hilfe holen. Und die unterstützen euch dann, so gesehen, in dem Kampf mit Fähigkeiten. Oder machen Schaden auf Ads in bestimmten Phasen. Im normalen Modus aktiviert man einfach alle. Es gibt da noch so eine Unterscheidung, das nennt man dann Plus Eins, also Jokzaron Plus Eins. Das bedeutet einfach, dass man einen Wächter aktiviert. Und Jokzaron Plus Null ist der Hardmode. Lass uns aber mal davon ausgehen, dass wir den normalen Modus spielen, dass wir wirklich alle vier Wächter aktivieren. Was ist denn so deine grobe Einschätzung? Also als kleiner Tipp schon mal von vorne weg. Wenn ihr einmal einen Wächter angesprochen habt, könnt ihr für diese Raid-ID das nicht mehr ändern. Also würde ich jedem von euch empfehlen, den Bossfight erst mal mit ein, zwei Wächtern zu spielen. Und wenn ihr es dann nicht hinkriegt, noch weitere dazu zu holen. Weil wenn ihr in der ersten Woche direkt alle vier Wächter ansprecht, dann habt ihr nicht die Chance, das runterzubringen. Und mit allen vier Wächtern hat Jokzaron trotzdem sehr viele Fähigkeiten. Also schon einiges, was man sich auf die Festplatte ziehen muss, dass man weiß, was dort passiert. Er ist aber mit allen vier Wächtern tatsächlich eher einer der einfacheren Bosse. Da die Wächter-Buffs so stark sind, dass man sich auch mal einen Fehler erlauben kann, weil man so eine Fähigkeit bekommt, dass sollte man sterben, man nicht direkt stirbt, sondern dann zum Eisblock wird zum Beispiel. Das gibt einem Hodier. Was ihr für Jokzaron halt machen müsst, ist eine Raid-Einteilung, damit jeder weiß, was er wann zu tun hat. Jetzt gerade in Phase 2, wenn die Portale spawnen, das muss man halt vorher einteilen. Wenn man das nicht einteilt, dann kann man Phase 2 nicht wirklich gut spielen. Und das Einteilen des Raids ist die Schwierigkeit bei dem Boss. Selber der Boss, also selbst den Boss zu spielen, ist dann gar nicht mehr so schwer, wie man denkt, wenn man alle vier Wächter anhat. Er erinnert halt einfach auch so ein bisschen an K'Fun aus AQ40, meiner Meinung nach, weil da hast du ja auch relativ viel einteilen müssen. Am Anfang mit dem Pull und die Gruppe rennt dahin. Aber da war ja auch die Einteilung des A und O. Ich finde es nicht so schlimm wie bei K'Fun in AQ40, aber man muss halt schon echt viel machen. Und was uns aufgefallen ist, man braucht deutlich weniger Heiler. Also ich glaube, im normalen Modus kannst du den mit drei Heilern spielen. Ja, auf jeden Fall. Also drei Heiler reichen locker aus. Und der Normal-Mode ist ja quasi zwei, drei oder vier Lichter. Und der schwerere Modus fängt ab einem Licht an. Ich würde aber jeder Casual-Gilde empfehlen, erst mal mit einem Licht zu probieren. Und das wäre Thorim. Ähm, da der mit einem Licht immer ... Also der ist nicht viel schwieriger, wenn man nur ein Licht anhat oder drei, vier Lichter. Weil sich die Fähigkeiten ... Der Boss wird nicht stärker dadurch, die Fähigkeiten verändern sich nicht dadurch. Und Plus Eins ist zwar der schwierigere von den Normal-Modes, ähm, aber fangt alle mit Plus Eins an. Wenn ihr dann merkt, ihr habt irgendwie Probleme, so gut, dann sagt, ja, wir haben nur noch eine halbe Stunde. Okay, mach eben die anderen Lichter noch an. Äh, und dann hauen wir ihn um. Aber vom Schwierigkeitsgrad her ist Plus Vier, ist sehr einfach. Plus Drei ist einfach. Plus Zwei ist Mittel. Und Plus Eins ist schwer. Aber der ist jetzt auch nicht sehr viel schwieriger als Mimiron. Wenn ihr Mimiron totbekommen habt, dann werdet ihr auch Joxaron mit einem Licht totkriegen. Äh, mit einem Licht bekommt man ja immer noch Hard-Mode-Loot. Nur man kann ... ... das Flugmode halt nicht mehr bekommen, wenn ich mich grad nicht ganz irre. Das hilft euch sehr, sehr für, wenn ihr dann mal vorhabt, in Zukunft oder in der nächsten Woche vielleicht mal einen anderen Hard-Mode zu probieren. Ähm, bei Joxaron, das ist der Boss, wo ihr wahrscheinlich am einfachsten an diesen Hard-Mode-Loot rankommen werdet. Eigentlich witzig, ja. Oder? Weil's ja so gesehen der, ja, offizielle End-Boss ist, oder? Ja, aber dafür gibt's ... Dort ist der Hard-Mode relativ ... Ja, dafür gibt's aber Plus Null. Und das ist für mich bei dem Boss ... Zwar ist Plus Eins gibt zwar Hard-Mode-Loot, aber Plus Null ist der wirkliche Hard-Mode. Und der ist dann von der Schwierigkeit 20, 30 Stufen über Plus Eins. Also das ist wirklich exponentiell schwieriger. Man lässt ja Torem stehen, ähm, aus dem Grund, weil der, ähm, der tötet in der letzten Phase ja die ankommenden Ads oder ihr richtig. Genau, genau. Also die werden ja, wenn er nicht aktiv ist, dann werden die einfach unangreifbar oder beziehungsweise die verlieren keinen Schaden mehr ab 1 HP. Oder wie ist das gleich nochmal? Ja, genau. Genau. Also wenn man Torem ablässt, dann, äh, aktiviert er halt die Fähigkeit, dass diese letzten Ads, die man in der letzten Phase spielt, sterben. Und, äh, das müsst ihr, ob ihr jetzt zwei Lichter, drei oder vier macht, genau die gleiche Taktik spielt ihr bei allen diesen Versionen. Ihr bekommt einfach nur mit mehr Lichtern, ihr lauft ein bisschen schneller, ihr macht ein bisschen mehr Schaden, äh, ihr heilt ein bisschen mehr. Das sind so passive Buffs. Aber dieses Torem-Ding, das ist was, was wirklich die Strategie des Fights verändert, wenn man Torem nicht mehr hat. Ja. Und das macht's halt, also plus eins oder plus vier ist genau der gleiche Kampf. Ihr müsst da nichts Neues dazulernen. Ja, ihr habt, macht einfach nicht 20 Prozent mehr Schaden oder heilt mehr. Aber das ist nicht wirklich wichtig. Und wenn man halt Torem weglässt, dann verändert sich das. In der letzten Phase der gesamte Kampf. Und da müsste man dann halt viel lernen. Bei plus eins genau derselbe Fall wie vorher auch. Alles klar. Sehr gute Info auf jeden Fall. Allein der Punkt mit dem, dass der Kampf eigentlich exakt derselbe bleibt, hast du vollkommen recht. Weil die Wächter, die, äh, aktiviert sind, die buffen ja den Raid und verstärken nicht den Boss. Genau. Und genau aus dem Grund, ähm, ist es dann genauso. Also, da kommt der Guide jetzt bei uns, glaub ich, auch ein paar Tagen raus. Oder, glaub ich, am Mittwoch oder am Donnerstag. Ähm, da erklären wir die dann auch noch mal in Ruhe. Oder schaut sich in den anderen Guide an. Soll jetzt keine spezielle Eigenwerbung sein. Oder wie auch immer. Ähm, schaut euch ruhig die Guides von Mana im Rucksack an. Äh, der Daru, das muss hier nicht, äh, irgendwie da schüchtern sein. Weil das sind wirklich gute Guides. Also, auch ich, und ich hab zig Stunden damit verbracht, hab mir die Guides angeguckt. Einfach, weil die schon schön gemacht sind. So, wir haben ein paar bei uns im Raid, die verstehen auch kein Englisch. Und dem brauch ich keine englischen Guides schicken. Und denen zeig ich eure Guides. Weil man es einfach versteht. Und darauf kommt's ja an. Ja, also, ich glaub, ähm, also, vielen Dank. Ähm, ich glaub aber natürlich, dass, wenn du auf dem PTR warst, ähm, brauchst du sie im Regelfall nicht. Weil dann kannst du die Bosse davor schon, bevor diese Guides überhaupt rauskamen. Aber ich glaub, für diesen klassischen Casual-Plus oder wir raiden so auf einem mittleren Niveau, ähm, ist es ein ganz guter Reminder, um sich so ein paar Infos mal wieder in den Kopf zu holen. Lass uns aber mal noch ganz kurz Algalon ansprechen. Ähm, ist jetzt ein Hard-Mode, für sich, deswegen passt er so in diese normalen Bosse nicht rein. Aber da es auch noch ein Boss ist, würde ich ihn gern noch kurz hier in diese Reihe mit aufnehmen. Ähm, wie komm ich denn zu Algalon? Oder wie aktivier ich denn Algalon? Also, um Algalon überhaupt bekämpfen zu können, muss man, ähm, den Rad des Eisens auf mindestens der zweitschwersten Schwierigkeit spielen. Das heißt, man muss den Vryrkul als letztes töten oder den Hard-Mode machen und den großen, äh, Zwergriesen als letztes töten. Wenn ihr den kleinen Zwerg als letztes tötet, habt ihr nicht die Chance. Denn der Boss droppt so eine Diskette und die braucht ihr, um die Quest-Reihe zu beginnen, um den Schlüssel für Algalons Raum zu bekommen. Die Quest sagt euch dann, dass ihr die vier Wächter, Hodir, Thorim, Freya und Mimiron auf dem Hard-Mode töten müsst. Und wenn ihr das getan habt, könnt ihr diese Diskette abgeben und erhaltet dann den Schlüssel zu Algalons Raum und könnt gegen Algalon kämpfen. Algalon ist ja somit ein, ähm, reiner optionaler Boss, zu dem vermutlich, ähm, die wenigsten Gilden in den ersten Wochen kommen. Oder, sagen wir mal, ihn legen werden. Wie ist so deine Einschätzung? Habt ihr Algalon auf dem PTR probiert? Äh, ja. Und da muss ich tatsächlich jeden enttäuschen. Dieser Boss ist die Hölle. Die absolute Hölle. Also, selbst wenn euer Rate wirklich gut ist und ihr dort über sechs Minuten hinweg 30 Cooldowns Raid-Cooldowns perfekt eingeteilt habt und eure Tanks jederzeit einen Cooldown haben, werdet ihr dort locker 60 bis 200 Mal wipen. Locker. Ganz entspannt. Weil das ist der einzige Boss in Ulduar, der in A nicht nur im Pre-Nerf rauskommt, sondern noch gebufft wurde. Und ich als Tank, ähm, hatte relativ gutes Gear und hatte auch schon ein bisschen Ulduar-Gier. Und ich würde sagen, jeden dritten oder vierten Try hat mich der Boss innerhalb von 1,2 Sekunden einfach getötet. So, und, also der Boss ist sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass selbst am Ende von Ulduar ganz viele Gilden den Boss nicht tot haben. Ich kann mir vorstellen, dass dort irgendwann dann halt auch diese, ähm, oder so eine Art Nerfed-Version dann halt rauskommt, weil, wie du schon sagst, ähm, ich glaub, dass wenige Gilden diesen töten werden. Also selbst auf dem PTR, ich mein, klar, nicht jede Gilde hat Logs aktiv und nicht jede Gilde lädt dann Kills auf YouTube hoch oder wie auch immer. Also man bekommt's natürlich bei vielen auch nicht mit. Aber wenn man sich Fusion anschaut, selbst in Fusion, die zähl ich zu Hardcore-Progress, oder? Kann man sagen. Ja, die sind schon im oberen Drittel da auf jeden Fall dabei. Die zählen jetzt nicht zu diesen absoluten Hardcore-Gilden, aber die sind schon, äh, sehr ambitioniert. Also so Top-10-Welt, würd ich jetzt einfach mal sagen, oder? Sind die Spiele nicht? Ja, ich mein, kommt drauf an, um was es geht. Also Fusion, äh, die ist jetzt keine Hardcore-Gilde, wenn's um Speedruns geht, aber die legen schon sehr viel Arbeit rein, wenn's halt um diesen World First geht. Ähm, und ja, da kann man sie schon so zu sehen. Top-10, Top-15 in der Welt zählen, ja. Okay, also nur, äh, bei denen hab ich mir relativ viel in, ähm, den Twitch-Streams angeschaut. Und da hab ich mal in der Früh eingeschaltet, und dann waren sie irgendwie bei Algalon, gefühlt 70%, und 10 Stunden später tryen die immer noch. Äh, und die haben ihn auch nicht genommen bekommen. Also nicht in der ersten PTR-Phase, wo dann der PTR nochmal aufging, da haben sie's dann geschafft, aber am letzten Tag des PTRs. Und wenn du jeden Tag 10, 15 Stunden da reinsteckst, jeden Tag, also die hatten, glaube ich, äh, immer wenn ich, äh, aktiv am PC war und Twitch, äh, mal kurz geöffnet hab, dann waren die live. Ähm, es war kein Rerun. Also die haben schon wirklich viel Effort da reingesteckt. Und die haben, kann man sich mal das Kill-Video bei, bei, bei Geordi, glaub ich, angucken, oder findet man auch noch woanders auf YouTube. Und der ist schon spannend, also der ist schon hart. Ja, und das große Problem, warum den so viele Gilden nicht töten werden, ist, dass ihr pro ID nur eine einzige Stunde Zeit habt für den Boss. Und in diese Stunde zählt auch rein, wenn ihr irgendwie in die Instanz läuft, wenn einer, er läuft, wenn einer mal kurz Bippi machen muss oder sonstiges. Und in einer Stunde bekommt man vielleicht so sechs bis acht Trice hin. Und das reicht einfach nicht, um den Kampf wirklich zu lernen. Und dann muss man wieder eine Woche warten und wird aus dieser Lernphase rausgeschmissen. Und der Boss ist wirklich so gemacht. Das ist komplett untypisch von allen anderen Bossen, wo du bisher einfach, ja okay, hier mal ein Cooldown oder da wird euch das mal helfen. Bei diesem Boss braucht ihr auf dem Tank zum Beispiel den gesamten Kampf Cooldowns. Und das müsst ihr vorher einteilen. Wenn der Tank dort für ein paar Sekunden keinen Cooldown ab hat, dann ist es ein Wipe. Und um den Boss überhaupt in den ersten Wochen zu töten, braucht man einfach mindestens vier bis am besten sechs Paladine. Und auch nur Paladine oder vielleicht noch Druiden können diesen Boss überhaupt tanken. Alle anderen Tanks sind komplett ungeeignet in den ersten Wochen, um überhaupt an Algalon dranzugehen, da die sofort sterben, wenn die den Boss nur mit der Ferse angucken. Aber auf dem PTR hatte man länger als eine Stunde Zeit, oder? Oder gab es auch schon die Beschränkung? Nee, auf dem PTR konnten die so lange machen, wie sie wollten. Und es werden auch nur Gilden, die den auf dem PTR quasi lange testen konnten, werden den relativ früh legen. Und das finde ich, na ja, ein ganz kleines bisschen schade. Natürlich hat man immer die Möglichkeit, mit seiner Gilde auf irgendeinen, ne, auf irgendeinen anderen Spaßserver zu gehen. Aber ich hätte es super spannend gefunden, wenn Blizzard gesagt hätte, okay, ihr könnt alle Bosse testen, außer Algalon. Weil dann hätte mich mal wirklich interessiert, welche Gilde es dort geschafft hätte, den nach einer Stunde zu töten. Und ich glaube, das wären, wenn überhaupt, eine Handvoll Gilden gewesen. Wenn überhaupt. Algalon zählt ja nicht zu diesem klassischen World First Rennen dazu. Glaube ich, oder? Doch, doch, der gehört dazu. Ach, der muss down sein. Man muss Jog mit Null, also Alone in the Darkness machen. Und man muss Algalon töten. Ach so. Ach krass. Yes. Dann bin ich gespannt. Also da freue ich mich dann schon auf das Rennen, weil dann wird es ja schon spannend. Ja, auf jeden Fall. Meinst du, dass dir wirklich First Try eine Gilde legt? Ja. Safe. Safe call. Ja. 100 Prozent. Okay. Also, wenn ich jetzt mal ins Blaue reinraten müsste, dann würde ich behaupten, dass Ulduar nach spätestens zwei Stunden clear ist. Okay. Es gibt halt, das ist halt genau das Problem, es ist halt ein altes Spiel, es gibt ein PTR und ich glaube, dass diese wirklich, die wirklichen Gilden, die es auf World First aus haben, die sitzen halt jetzt auf einem Private Server und üben das halt. Ja. Also das ist halt genau das Problem. Also das kann ja auch einfach einmal einer selbst hosten, wenn man so ein bisschen Ahnung hat, dann kriegt man das auch so hin und dann übst du das auf deinem eigenen privaten Server und das Spiel ist. Also das ist halt leider so der Nachteil von dem, ja, Classic World of Warcraft, dass es das einfach schon gibt und wer will, der kann. Das ist einfach. Ich meine, diese Private Server, ich will sie auch nicht promoten, aber das werden, gerade für Algaron, werden sich das einige Gilden als Hilfe dazunehmen. Einfach, dass sie sagen, ja, okay, wir wissen, wir haben nur eine Stunde für den Zeit und wir haben aber vier Stunden Raid, dann gehen wir halt drei Stunden üben und dann gehen wir erst auf den wirklichen Server. Und das ist halt, klar, das kann man nicht verhindern, aber wenn's das gar nicht geben würde, ach, das wär so schön, das wär so schön spannend. Ja. Also, das ist genau das. Also wenn man diese Situation schaffen könnte, dass es einfach niemand hat, dann wär's super, aber das ist halt bei privaten Servern, denk ich, etwas, oder es ist nicht zu vermeiden. Das kann man ja nicht einfach. Ich meine, wir sind da auch mit da drin, ja, also ich würde lügen, wenn ich sage, wir machen das nicht. Das ist halt wie in jedem anderen Sport, ne, man sieht, okay, der eine, der holt sich da irgendwie den Vorteil, dann machen wir das jetzt alle, ne, so, wär natürlich schön, wenn da jemand kommen würde und da einen Riegel vorsetzen würde, aber solange da kein Riegel vor ist, geht man da halt leider mit. Absolut. Dann sag ich schon mal, vielen Dank hier für den Teil, ich splitte das Ganze jetzt einfach in mehrere Teile, weil sonst wird dieses eine Video vier Stunden lang und wir schauen uns im zweiten Part dann einfach die Hard-Mode-Geschichten an und gehen noch auf ein paar andere Dinge ein. Dann sag ich hier schon mal vielen Dank schließen und ja, wir hören uns gleich wieder. Und dann sag ich schon mal. Untertitelung. BR 2018